Vor Jahren verbrachte ich einige Zeit in den Bergen. Müde von einer anhaltenden Anstrengung, beschloss ich, mich für ein paar Wochen in das Chalet eines verlassenen Alpenweilers zurückzuziehen, das ein Bekannter mir zur Verfügung gestellt hatte. Ich trug mich mit der, wie mir damals schien, originellen Idee, ein Naturführer der Monster zu schreiben, jener Ungeheuer, die, obwohl sie vor allem der menschlichen Fantasie entsprungen waren, die Welt, wie ich bei einer Vorstellung dieses Buchprojekts unbekümmert behauptet hatte, allen Widerlegungen ihrer Existenz zum Trotz noch immer ebenso selbstverständlich bevölkerten wie die Vertreter der realen Fauna. Und dass man deshalb, warf ich in jene Runde von potenziellen Geldgebern, sowohl ihr Wesen, ihre Gestalt als auch ihren angestammten Lebensraum und ihr spezifisches Verhalten ebenso erforschen wie systematisieren könne. Man müsse die Drachen nicht töten, sondern sezieren, hatte ich etwas pathetisch hinzugefügt. Und ohne mir viele Gedanken über Zielgruppe, Umfang oder Gestalt meines Buches zu machen, unterschrieb ich einen Vertrag und nahm den nächsten Nachzug gen Süden. Gegen Mittag erreichte ich den Bahnhof eines mittelalterlichen Städtchens. Es war Mitte April, die Luft noch immer winterlich frisch, die Sonne ohne Kraft, die anschließende Busfahrt scheinbar endlos und der Weg von der letzten Haltestelle zum Weiler hinauf steinig und steil, ganz so wie ich mir den Gang an Klausur vorgestellt hatte. Ich weiß noch, dass mich während ich den Windungen des Saumfahrts durch eine schroffe Geröllwüste folgte, der Gedanke belustigte, dass ich, die ich als Kind eher ängstlich gewesen war und vor allem Gruselfilme und das Alleinsein gefürchtet hatte, mich nun in selbstgewählter Einsamkeit ausgerechnet mit den oft genug grauen erregenden Ausgeburten der menschlichen Einbildungskraft befassen wollte. Dass der Aufstieg so langwierig und beschwerlich war, lag jedoch zum Großteil an der Unmenge von Büchern, die ich eingepackt hatte. Erst als es bereits zu dämmern begann, tauchten hinter einer felsigen Bürschung endlich die schwarz-weißen über den Hang verstreuten Häuser auf. Es war vollkommen still. Nur die Leitungen der Strommasten über mir sirrten. Ich fand den Schlüssel im verabredeten Versteck, betrat die im oberen Geschoss gelegene bescheidene, aber begräumige, mit breiten Lerchenbohlen vertefelte Stube, holte Brennholz vom Unterschlag, stapelte es neben dem Ofen, entzündete das Feuer, brühte mir Tee auf und bezog mein Bett. Bald schon senkte sich Dunkelheit über den Hang und mein neues Heim und der Schlaf der ersten Nacht war, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, traumlos und tief. Als ich am nächsten Morgen erwachte, glich der Himmel im Dachfenster einem fahlen Brei und es dauerte eine Weile, bis mir wieder einfiel, wohin es mich verschlagen hatte. Draußen erhob sich die schattige, dicht bewaldete Talwand mit ihren zerfurchten, von Schnee bekrünten Gipfeln, die ich trotz einiger Bemühungen nicht den Eintragungen einer auf der Küchentisch bereitliegenden Landkarte zuordnen konnte. Vielleicht lag es daran, dass ich am Meer aufgewachsen war, welches weder Erhebung noch Vertiefung kennt und selbst bei Sturmungestalt bleibt, dachte ich noch, während mein Blick an den düsteren Schattenschraffen hängen blieb, die ein sich seitlich ins breite Talbecken bohrenden Graben kann zeichneten.